Hoher Besuch in Dessau-Roslau. Die niederländischen Majestätin König Wilhelm Alexander und Königin Maxima besuchten die Muldestadt. Erste Station war das Bauhaus. Dort begrüßte sie neben Dachsanhaltsministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff auch Dessau-Roslaus Oberbürgermeister Peter Kuras. Bevor ein Rundgang durch das Bauhaus und die Eintragung in die Gästebücher der Stadt und des Bauhauses auf dem Programm standen, kamen die Fans auf ihre Kosten. Die Königin winkte ihnen herzlich zu und die Damen und Herren am Straßenrand freuten sich. Weiter ging es zum Kornhaus direkt an der Elbe in Dessau. Hier trafen sie sich mit Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert und nahmen an einer Dialogveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz teil. Die Majestäten absolvierten ein wahres Mammutprogramm in den 24 Stunden, die sie in Sachsen-Anhalt weilten. Denn vor den zwei Terminen in Dessau waren sie am Vortag bereits in der Lutherstadt Wittenberg, unter anderem in der historischen Schlosskirche zu Gast. Der letzte Termin auf dem königlichen Zettel war ein Besuch des Schlosses in Oranienbaum. Nach der herzlichen Begrüßung durch dutzende Kinder ging es natürlich auch in das Schlossinnere zu einem kleinen Rundgang, der unter anderem den Festsaal beinhaltete. Außerdem stand auch hier die Eintragung in den Gästebüchern der Stadt und des Schlosses auf dem Programm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017